Ganz schön schwer so, einfach mal so in die Kamera zu erzählen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Mein Gott, okay, komm, wir machen das jetzt auch einmal vernünftig neu. Leute, was geht ab? Also, das ist unser erstes Video von der Firma Raumstation. Wir sind eine Tischlerei für Möbel und Innenausbau. Und was wir machen, sind Möbel für Privatkunden. Aber wir machen auch vor allem oder hauptsächlich eigentlich für Geschäftskunden Ladenausstattung, Möbelbau für den gewerblichen Betrieb. Wir beschäftigen hier einen eigenen Architekten, der das plant, einen Tischlermeister, der die Arbeitsvorbereitung macht für die Werkstatt. Und noch ein paar Tischler in der Werkstatt und Auszubildende, die das dann alles bauen. Seit Anfang 2019 gibt es uns hier in Berlin-Kreuzberg, aber wir wollen mal so wirklich unseren Alltag zeigen. Das Ding ist ja riesig hier, ne? Wir wollen wirklich euch zeigen, was machen wir hier. Tada! Es ist ja alles schön und gut, was für tolle Möbel. Aber der Prozess, sowas zu bauen, ist mindestens mal genauso spannend und genauso interessant. Genau das wollen wir euch zeigen. Und wir haben das jetzt mal so aufgeteilt in drei verschiedene Rubriken. Und wir wollen erstens mit euch über Technik sprechen. Kroos! Also was gibt es an neuer Technik, an Maschinen? Was kostet so ein Ding? 1200 Euro. So. An Messebesuche, da wir zeigen euch irgendwie was Cooles, Neues, was es so gibt. Wenn ihr hier nicht abgehst, ne? Stark. Master Technik, sag ich dir. Und zweitens wollen wir euch unseren Alltag zeigen. Komm! Ich glaube, das ist überhaupt nicht. Und unsere Kundenprojekte, also was bauen wir, wie bauen wir es und was wird daraus? Und vor allem, für wen bauen wir es? Das ist, glaube ich, auch eine interessante Frage immer. Drittens wollen wir hier und da auch mal vielleicht ein interessantes Video für den Hobbytischler oder für die Ausbildung machen, wie etwas produziert wird. Hast du wieder geschliffen ohne Schleifpapier? Ich will selber nur die Kippen gedrehten. Daher gibt es sich bestimmt hier und da mal eine Frage, die vielleicht auch für euch interessant sein könnte, die wir dann gerne mit euch teilen wollen und darüber einen Film machen. Dazu bin ich euch auch super dankbar, wenn ihr mir einfach in die Kommentare unten schreibt, was euch interessiert, welche Maschinen euch interessieren, worauf ihr Bock habt zu sehen. Und wir probieren das dann, alles, was uns möglich ist zu tun, das zu realisieren. Hier oben in der Ecke steht jetzt Werbevideo. Nicht, weil wir werben oder weil wir bezahlt werden für das, was wir tun. Mal ein Casting für McDonalds Barista gemacht. Aber nicht so gut. Ich will absolute Meinungsfreiheit. Ich habe absolute Meinungsfreiheit. Wenn ich etwas scheiße finde, dann sage ich, dass ich das nicht gut finde. Aber wir haben halt gewisse rechtliche Voraussetzungen. Und ich möchte auch nicht in Konflikt mit YouTube oder irgendwelchen Firmen geraten. Deswegen schreiben wir das einfach dahin, ob es irgendwie was zu sehen gibt von der Firma oder nicht. Wir machen es einfach immer. Ja, und hier unten in der Ecke ist unser Logo. Wenn ihr da mit der Maus rüber fahrt, dann kann man darüber auch direkt um den Kanal kommen oder abonnieren oder was auch immer. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Macht's einfach. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Und wir fangen jetzt an mit dem eigentlich sehr coolen Drehtag von LignaTV. Also Ligna, jeder der Tischler ist und so mal auf Messen gegangen ist, der weiß, Ligna Messe, Riesenmesse fürs Handwerk, fürs Tischlerhandwerk. Viel zum selbst ausprobieren. Und LignaTV ist der Videochannel von dieser Messe. Wir haben sozusagen mit unserer Kamera hinter deren Kamera gefilmt, um euch zu zeigen, wie die uns gefilmt haben. Boah! Ich wünsche euch jetzt schon mal eine Menge Spaß bei dem Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, Leute. Haut rein. Tschau. Herzlich willkommen bei der Raumstation. Heute ist ein ganz lustiger Tag, weil wir haben heute nicht nur eine Torbwinterkamera hier, sondern auch Blitzfang, eine andere Firma, die uns filmt, mit der wir heute ein Interview machen. Die sind von LignaTV, von der Messe in Hannover. Die bauen schon so ihr Set auf. Wir machen dann ein kleines Interview. Wir können ja kurz hinten zeigen, wie die aufbauen. Komm mal mit. Die bauen da so ein riesen Set auf. Das ist der Endgegner dran. Guck dir mal diese riesen Kamera an. Noch nie mit sowas gearbeitet. Okay, also jedenfalls heute wird's ernst. Wir melden uns einfach gleich wieder. Tom macht ein paar Aufnahmen im Hintergrund. Und wir geben immer mal so einen kleinen Zwischenstand, wie's läuft. Bis gleich. Denn wir haben in unserer Recherche einen sehr, sehr spannenden, jungen Tischler aus Berlin kennengelernt, der sich direkt nach der Meisterschule selbstständig gemacht hat. Schauen wir uns den jungen Mann einfach mal an. Los geht's. Simon Meinberg befasst sich schon früh als Autodidakt und später in der Lehre mit dem Tischlerhandwerk. Ich fände mich mal direkt davor, ja? Gut, da sind wir wieder. Wir haben den Tag überstanden. Es war jetzt ein kleines, chaotisches Video eingeschoben. Aber wir haben euch mitgenommen, ihr habt's gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao.